Hi zusammen, in diesem Video möchte ich euch kurz zeigen, wie man eine SATA-SSD, so eine 2,5 Zoll SSD, in einen bestehenden Rechner einbaut als Speichererweiterung neben der regulären Festplatte C, auf der das Betriebssystem läuft. Damit das Ganze funktioniert, benötigt ihr zunächst einen freien SATA-Anschluss auf einem Mainboard, idealerweise einen SATA-3-Anschluss, der die höchste Datenübertragungsrate bietet, das sind ca. 500 MB pro Sekunde. Außerdem benötigt ihr ein SATA-Kabel und ihr braucht noch einen Anschluss für den Strom an eurem Netzteil. Das ist dann in der Regel ein SATA-Anschluss, der hier speziell für diese Festplatten gemacht ist. In diesem Video zeige ich euch zunächst, wie die Ausgangssituation in meinem Computer ausschaut, also wo der Anschluss ist, der frei sein muss und wie der Stromanschluss aussehen muss am Netzteil, dass die Festplatte betrieben werden kann. Außerdem zeige ich kurz, wie man sie einbaut und wie man sie nach dem Einbau auch noch einrichtet, sodass sie von Windows erkannt wird. Ich verbaue bei mir jetzt konkret eine Crucial MX500 in der 2TB-Variante, damit ich genug Speicher zum Videoschnitt habe. Ich habe ungefähr zwei Stunden recherchiert und habe die für gut gefunden, aber wenn ihr selbst das Aufhoch habt, dann macht euch am besten selbst schlau und guckt, was für eure Ansprüche die richtige Festplatte ist, weil die ist schon ein bisschen teurer. Es gibt teurere, aber auch nicht die billigste. Die Ausgangssituation ist folgende. In meinem PC habe ich aktuell eine SSD verbaut mit knapp 250 GB Kapazität. Die ist auch schon inzwischen ziemlich alt. Und wenn ich inzwischen Videos schneiden möchte, dann sind die Videodateien einfach viel zu groß für diese Festplatte, sodass ich auf einer externen Festplatte schneide in der Regel. Und außerdem, wenn ich zum Beispiel Spiele und Programme installieren möchte, dann reicht der Platz mir persönlich auch oft nicht mehr aus. Ich habe hier jetzt außerdem auch noch zwei weitere Festplatten drin hängen. Das sind allerdings herkömmliche Magnetfestplatten. Die sind gut zum Speichern großer Datenmengen, aber wenn ich dann doch Videos schneiden möchte, möchte ich meine Dateien doch lieber auf einer SSD liegen haben. Dementsprechend ist das Ziel dieses Videos jetzt, eine 2,5 Zoll SSD einzubauen. Was ist nun passiert? Ich habe jetzt meinen Rechner ausgeschalten, habe ihn abgesteckt vom Strom, habe ihn 10 Minuten liegen lassen, dass sich Kondensatoren gegebenenfalls entladen können. Und jetzt müssen wir den Rechner aufschrauben. Bei mir sind das hier links und rechts, oder sind das hier an der von mir aus gesehen linken Seite, zwei so gerendelte Schrauben, die man einfach rausdrehen kann. Und dann kann man auch schon die Seitenabdeckung des Rechners entnehmen und sieht das Inhalte des Computers. Bevor wir mit Arbeiten am PC anfangen, ist es wichtig zu wissen, dass ihr das ganze Platinenmaterial erstmal soweit nicht anfassen solltet. Beziehungsweise wenn ihr es anfassen müsst, zum Beispiel bei Einbau eines Mainboards, muss man sich auf jeden Fall vorher elektrostatisch entladen, indem man zum Beispiel an den Erdkontakt einer Steckdose fasst oder an ein blankes Stück Metall von der Heizung. Das man einfach nicht, wenn man sich selbst elektrostatisch aufgeladen hat und dann die Elektronik fast Bauteile zerschießt. Es gibt auch so ESD-Bändchen, die man sich ans Handgelenk macht und dann zum Beispiel an ein blankes Stück Metall von der Heizung klemmt, wo schon geerdet ist. Das habe ich aber an der Stelle jetzt nicht und denke ich auch, brauche ich nicht, um einen Festplatten in den Rechner einzubauen. Nichtsdestotrotz fasse ich nochmal kurz an die Erdung. So, was sehen wir jetzt hier bei diesem Rechner? Interessant für uns ist der Teil hier unten. Hier sind nämlich meine Festplatten. Wir haben hier einmal unten meine 2TB Datenfestplatte, eine 4TB Datenfestplatte, das sind beides HDDs, also Magnetfestplatten und hier das kleine hier. Das ist die SSD, auf der aktuell mein Betriebssystem läuft und ich möchte im Endeffekt nochmal genau so eine Festplatte einbauen. Das ist die Crucial MX500 mit 2TB hier. Das ist eine kleine, süße 2,5 Zoll Festplatte. Um die Festplatte in den Computer einzubinden, müssen wir zum einen den Datenanschluss anschließen und die Spannungsversorgung anschließen und das funktioniert wie folgt. Um erstmal überhaupt zu sehen, ob wir eine Festplatte in den PC einbauen können, benötigen wir noch freie SATA-Anschlüsse. Um eine SSD anzuschließen, empfiehlt sich sogenannte SATA-3-Anschlüsse übrig zu haben. Das sind bei mir hier die Anschlüsse hier unten. Das sind in Summe 6 Stück. Ich mache da auch gleich nochmal ein kleines Foto davon, dass man die genauer sieht. Und an den unteren 4 hängen zum einen jeweils meine 3 Festplatten, aber auch mein DVD-Laufwerk. Ich weiß jetzt, dass ich eine weitere SATA-Festplatte in meinen Rechner reinhängen kann, weil hier noch zwei SATA-3-Anschlüsse frei verfügbar sind. Dass es SATA-3 sind, das steht auch nochmal klein drüber. Dafür ist ein sogenanntes SATA-Kabel notwendig. Ich habe mir jetzt hier einfach ein 20 oder 30 cm Kabel auf Amazon bestellt, weil ich glaube, das reicht soweit. Also das sind halt die Anschlüsse, die man hier zum Anschließen der Festplatten braucht. Des Weiteren benötigt die Festplatte aber auch eine gewisse Spannungsversorgung. Und hier gab es bei mir ein kleines Problem. Hier unten links, seht ihr, bei mir ist ein Netzteil verbaut. Und von dem Netzteil gehen die ganzen Stromkabel weg. Und man sieht hier schon, dass an jeder Festplatte auf jeden Fall so ein Stromanschluss angeschlossen ist. Aber der letzte, den ich verwenden kann hier, das ist hier so ein sogenannter SATA-Stromanschluss. Ich habe mir jetzt auch schon ein weiteres Kabel gekauft, dass ich es mal aus der Nähe zeigen kann. Also das ist der Stromanschluss für SATA-Festplatten. Der reicht nicht mehr ganz bis dahin, wo ich die Festplatte einbauen möchte. Und in der richtigen Länge, der reichen würde, habe ich hier nur noch einen sogenannten 4-Pin-Molex-Anschluss, der zum Beispiel früher bei 5,25 Zoll-Festplatten üblich war. Und deswegen habe ich mir jetzt auf Amazon einen Adapter bestellt. Und zwar ist das hier ein 4-Pin-Molex- auf SATA-Adapter. Das ist hier ein 4-Pin- auf zwei SATA-Anschlusskabel. Das sind einfach zwei für den Fall, dass ich nochmal was weiteres reinhängen möchte. Außerdem war der genauso teuer wie ein 1-zu-1-Adapter. Da wird die Spannung im Wesentlichen einfach nur parallel geschalten und ist nichts anderes, was das Kabel macht, das auch vom Netzteil herausgeht. Wenn ihr nun festgestellt habt, dass ihr sowohl einen freien Stromanschluss an einem Netzteil habt, als auch einen freien SATA-Port, steht dem Einbau der SSD eigentlich nichts mehr in Wege. Die SSD hat hier an den Seiten so kleine Gewinde und da kann man sie im Endeffekt einfach am Gehäuse festschrauben. Wir haben auch an der Unterseite welche, aber ich nehme einfach jetzt hier eins an der Seite. Jetzt ist es natürlich dumm, ich habe vergessen, mir noch eine Schraube zu besorgen, aber ich habe gerade gecheckt auf der Rückseite von meinen herkömmlichen HDDs, die sind jeweils mit vier Schrauben befestigt, sind zwei vorne, zwei hinten. Also klaue ich mir da jetzt einfach eine aus der Vorderseite, denn auch mit drei Schrauben sollte die noch problemlos halten. Der PC steht ja eh 90% der Zeit bloß rum. Und für die kleine SSD reicht in meinen Augen auch einfach eine einzige Schraube, denn bei der Systemfestplatte, die ich nutze, die ist schon seit knapp zehn Jahren nur mit einer Schraube verbaut. Da gab es noch nie Probleme. Jetzt habe ich die Schraube quasi handfest gedreht. Man sieht schon, wenn ich hier drehe, dreht sich die SSD noch mit. Aber das ist soweit kein Thema, weil es bewegt sich ja kaum. Ich drehe sie noch ein bisschen fester. Dann ist die hier verbaut, sie hängt hier im Gehäuse drin. Und jetzt müssen wir noch Strom und die Datenleitung anschließen. Hier fange ich jetzt in weißer Voraussicht erst mal mit der Stromleitung an, weil die ist hinten. Dann komme ich leichter ran. Dann müssen wir gucken, wie rum wir den Stecker halten müssen, weil dieser SATA-Strom- bzw. Spannungsversorgungsanschluss ist asymmetrisch. Da muss man kurz schauen, dann sieht man das. Und dann stecke ich den da an der Festplatte an, bis er einrastet. Die zweite Leitung, die führe ich jetzt erst mal hinten hin. Die muss ich später noch aufräumen. Und dann schließe ich die Festplatte an dem 4-Pin-Molex-Anschluss von meinem Netzteil an. Das geht ein bisschen schwerer als gedacht. So, es ist nun vollbracht. Ich muss jetzt hier mal kurz ein paar Minuten kämpfen, dass ich meinen 4-Pin-Molex-Anschluss verbunden kriege. Aber jetzt habe ich es geschafft. Immer schön zu gucken, dass die Verbindung richtig fest sitzt. Und dann kann ich jetzt den Stromanschluss mit dem der Festplatte verbinden. Also den Stromanschluss vom Netzteil mit dem der Festplatte. Ich habe keinen Ton, oder? So, ich habe keinen Ton. Doch, ich habe Ton. Und wenn dann der Stromanschluss ordentlich steckt, lege ich da jetzt das Kabel erst mal dazu. Das werde ich dann später noch sauber verlegen. Wir müssen gucken, dass es dann hier nicht in den Lüfter der Grafikkarte kommt. Nach dem Stromanschluss muss dann noch der SATA-Datenkabel verbunden werden. Und das müssen wir zum einen am Mainboard anstecken. Ich nutze jetzt hierfür mal den SATA-1-Port. So, hier gucken, dass man nicht zu viel Druck aufs Mainboard ausübt, dass da jetzt nichts kaputt geht. Vielleicht hätte ich da von hinten noch ein bisschen stützen sollen. Da habe ich jetzt aber nicht dran gedacht. Und dann fühle ich das da unten durch, mein Kabel. Das ist ein bisschen lang gewählt. Aber im Wesentlichen kann man das hier einfach an der Festplatte anschließen. Das rastet ein. Und jetzt sollte die ganze Geschichte soweit schon laufen. Ich verlege noch kurz die Kabel. Ich mache noch kurz ein Foto, dass ihr die Detailaufnahmen im Video besser sehen könnt. Und dann gucken wir, ob die Festplatte so läuft. Ich habe den PC jetzt wieder zusammengebaut. Ich habe jetzt die Festplatte trotzdem nicht oben, wie im vorherigen Video gezeigt, eingebaut. Sondern ein bisschen tiefer, wie ihr gleich nochmal in dem Bild sehen könnt, das ich euch zeige. Und jetzt müssen wir die Festplatte noch einrichten. Dazu zeige ich euch mal meinen Bildschirm. Und zwar sehen wir folgendes. Ich bin jetzt hier wieder bei der Übersicht meiner Laufwerke und Geräte, also bei dieser PC. Und wir sehen, wir haben einen lokalen Datenträger C, D und E, also die, die vorher auch schon verbaut sind. Was ist es jetzt aber mit dem Datenträger, den wir jetzt neu verbaut haben? Hierfür müssen wir aufs Windows-Logo gehen bei Windows 10. Beziehungsweise geben bei der Suche die Datenträgerverwaltung ein. Und wenn wir dann Datenträgerverwaltung eingeben, steht hier Festplattenpartitionen erstellen und formatieren. Das wollen wir. Und jetzt sagt er uns schon, okay, sie müssen einen Datenträger initialisieren. Das kommt daher, dass dieser Festplatte noch nie verwendet worden ist und soweit auch, glaube ich, nicht weiter formatiert ist. Ich muss jetzt aber kurz googeln, was der Unterschied zwischen MBR und GPT war. Ich habe jetzt fix gegoogelt, welchen Partitionsstil ich nochmal brauche, weil es ist jedes Mal die gleiche Antwort, aber ich vergesse es jedes Mal aufs Neue. Das Internet sagt GPT, denn MBR ist ein recht veralteter Standard und für meine SSD ist GPT der Standard der Wahl. Wenn ihr eine weitere interne SSD verbaut, rate ich euch einfach, den zu verwenden. Wenn es euch interessiert, googelt mal genauer nach, was es damit auf sich hatte. Das ist mir jetzt an dieser Stelle nicht so wichtig. Gehen wir es mal auf OK. Und jetzt sehen wir hier bei den Datenträgern, wenn wir das mal groß machen, dass wir hier einmal meine 4TB HDD haben, meine 2TB HDD, meine Systemfestplatte und hier den Datenträger 0, der noch nicht zugeordnet ist. Wir müssen den an dieser Stelle mal formatieren. Ich gucke mal, ob ein Doppelklick was macht. Nein, macht er nicht. Rechtsmausklick, da müssen wir ein Volume erstellen, denn wir müssen Ihnen noch sagen, wie die Festplatte formatiert werden muss. Hier nehme ich natürlich die Größe des gesamten Volumens. Man könnte jetzt auch auf einer Festplatte mehrere Partitionen erstellen, dass es quasi als mehrere Festplatten von Windows erkannt wird. Kann man machen, wenn man dafür einen speziellen Verwendungszweck hat. Ich persönlich nicht, deswegen klicke ich auf Weiter. Muss dem Ganzen noch einen Laufwerksbuchstaben zuordnen. Naja, C, D, E, da werde ich zwangsweise mal F nehmen, weil F der nächste logische Buchstabe ist. So, an dieser Stelle möchte ich dann den Datenträger formatieren. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er vorher überhaupt irgendeine Formatierung hat. Wahrscheinlich werden die ab Werk schon irgendeine Formatierung haben, mit der halt jetzt Windows nicht klarkommt. Bin mir da aber nicht sicher. Und es gibt jetzt hier verschiedene Datei-Systeme, zum Beispiel XFAT und NTFS. Im Wesentlichen kann man sagen, XFAT hat eine bessere Kompatibilität. Ist nicht so performant in vielen Fällen, aber wenn man jetzt ein Linux-System hat, beziehungsweise wenn man jetzt eine externe SSD hat, wie jetzt hier meine kleine SunDisk, auf die ich aktuell schneide, dann empfiehlt sich Steve vielleicht, den XFAT zu formatieren, wenn man öfters mal auch mit einem Linux-Rechner arbeitet. Aber für eine interne Windows-Festplatte ist in meinen Augen NTFS das, wie sagt man, das Format der Wahl. Die Volumenbezeichnung ist bei mir jetzt in diesem Fall ganz stupide SSD 2, weil es die zweite SSD ist, die im System hängt. Und dann sage ich noch Schnellformatierung durchführen, damit das hier mir gleich auf das Format NTFS formatiert. Genau, das sagt mir mal alles an und wir sagen Fertigstellen. Und jetzt sehen wir hier, es ploppt ein Fenster auf, SSD 2, Datenträger F. Und wenn wir jetzt auf dieser PC gehen, sehen wir, hier hängt eine weitere Festplatte drin, das ist die 2TB SSD. Um zu gucken, ob sie funktioniert, kann ich jetzt auch einfach mal irgendwie beliebig einen Ordner drauf kopieren. Das ist jetzt hier ein Hörbuch einfach. Oder, ja, kopieren, genau. Und wir sehen, hat wunderbar funktioniert. Das war es jetzt soweit auch schon. Ich habe jetzt die Festplatte eingebaut, habe sie formatiert und, ja, jetzt ist sie in Windows eingebunden. Und jetzt kann ich sie verwenden, um ganz normal Dateien drauf zu speichern, wie man es halt mit normalen Festplatten so kennt. Ich hoffe, das Video war für euch in irgendeiner Art und Weise hilfreich. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da oder ein Abo, wenn euch weiterhin Technikvideos interessieren. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao.